Herzlich willkommen bei Geld und Märkte, Ihrem Podcast von DK Investments. Unser Thema heute Emerging Markets. Licht am Ende des Tunnels? Nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009 fanden die Schwellenländer sehr schnell zu kräftigem Wirtschaftswachstum zurück. Dies gelang ihnen, ohne in größerem Umfang auf Währungsreserven zurückgreifen zu müssen oder die Staatsschulden nach oben zu treiben. Dieser Stabilitäts-Nimbus ist mittlerweile verloren gegangen. Und das schlägt sich auch in den Bewertungen der Ratingagenturen nieder. Seit Anfang 2014 überwiegen die Herabstufungen. Die Probleme sind vielfältig. Erstens hat sich das globale Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamt. Zweitens sind die Preise für Rohstoffe, deren Export eine Haupteinnahmequelle für viele Schwellenländer ist, in den vergangenen Jahren stark gefallen. Drittens stehen die globalen Finanzmärkte unter dem Einfluss anhaltender Zinsanhebungserwartungen in den USA. Viertens haben innen- und außenpolitische Konflikte deutlich zugenommen. Am schlimmsten ist die Situation im Nahen Osten, wo die Hoffnungen auf den arabischen Frühling in der Rückschau viel zu optimistisch waren. Nimmt man all dies zusammen, entsteht schnell das Bild einer Schwellenländer-Krise und eines breit angelegten Abwärtstrends in der Bonitätsentwicklung. Ist das so, Herr Dr. Bahr, oder ist die tatsächliche Entwicklung weniger dramatisch? Sagen wir mal so, es könnte erheblich schlimmer sein. Die negativen Schlagzeilen der vergangenen Jahre wurden hauptsächlich von vier sehr prominenten und großen Schwellenländern, nämlich Russland, Brasilien, die Türkei und Südafrika gemacht, die allerdings nicht ernsthaft in die Gefahr einer Schuldenkrise geraten sind. Zum anderen richtete sich die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Ukraine und Venezuela, die zwar tatsächlich in schweren Krisen stecken, doch deren wirtschaftliches Gewicht auch innerhalb der Schwellenländer überschaubar ist. So haben sich Emerging Markets-Anlagen insgesamt in den letzten Monaten dann doch recht gut geschlagen. Der größte Teil der Emerging Markets, dazu zählen vor allem die asiatischen Schwellenländer und die Länder Lateinamerikas haben, mit Ausnahme von Brasilien und Venezuela, ihre Ratings dagegen in den vergangenen Jahren verbessert oder zumindest stabil gehalten. Aus aktueller gesamtwirtschaftlicher Sicht darf man sagen, dass wichtige Stimmungsindikatoren in diesem Sommer keinen Anstieg der Unsicherheit in den Schwellenländern anzeigen. Dies ist bemerkenswert, da mit dem Brexit-Votum, dem Putschversuch in der Türkei und dem Rückgang der Rohstoffpreise die potenziellen Belastungsfaktoren für die Unternehmensstimmung zunahmen. Während der sich anbahnende EU-Austritt des Vereinigten Königreichs und die Verfestigung autoritärer Strukturen in der Türkei für den Großteil der Schwellenländer auch mittelfristig keine schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen haben dürften, wären die Konsequenzen eines anhaltenden Rohstoffpreisrückgangs für die rohstoffexportierenden Schwellenländer zweifellos deutlich schwerer zu verarbeiten. Aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums werden die Notenbanken in weiten Teilen Asiens und Mitteleuropas die Leitzinsen niedrig halten und teilweise noch weiter senken. Dadurch reduziert sich der Zinsabstand und Emerging Markets Währungen verlieren gegenüber dem US-Dollar an Attraktivität. Und was, wenn nun die amerikanische Notenbank die Zinsen bald weiter erhöht? Ist das ein Damoklesschwert für die Währungen und letztlich die Anlageklasse Emerging Markets in den kommenden Monaten, Herr Dr. Barr? Ja und nein zugleich. Ja, weil die Aufmerksamkeit an den Märkten rund um die nächsten FED-Sitzungen sehr hoch sein wird. Aber wie schnell und wie weit wird die FED überhaupt gehen? Nein, weil die Märkte mittlerweile drei Jahre Zeit hatten, sich auf diesen Fall vorzubereiten. Darüber hinaus bleiben wir bei der Einschätzung, dass die FED nur in langsamen Schritten die Zinstreppe nach oben gehen wird, also die Marktbelastungen auch für die Emerging Markets hinnehmbar sein werden. Insofern kann man bei der Suche nach Rendite diese aufstrebenden Anlageregionen durchaus im Blick behalten. Und trotz aller Probleme liegt das Wirtschaftswachstum in den meisten Emerging Markets weiter über dem der Industrieländer. Wichtige Treiber sind der technische Fortschritt und die Urbanisierung, die beide zu einem Produktivitätsanstieg führen. Zudem gibt es eine wachsende Mittelschicht, die für einen stabilen Anstieg der Konsumnachfrage sorgt. Der grundsätzliche Aufholprozess bleibt trotz aller genannten Belastungsfaktoren daher in Gang. So passen unter strategischen Gesichtspunkten die Emerging Markets durchaus in ein gut diversifiziertes Portfolio.